Seid gegrüßt zu einem neuen Part, zu einem neuen Stream, zu einer neuen Aufnahme. The Minute of Islands, ne ohne The Minute of Islands, mit dem Zweckend Fürst. Wie es ausschaut, ist hier noch ein bisschen, oh okay, ist gewichen. Wollte gerade sagen, hier ist noch ein bisschen die Luft verschmutzt. Vielleicht ist es doch nicht. Okay, da geht es lang, da müssen wir hin. Schauen wir mal, wie wir heute hier vorankommen. Ob das Spiel heute schon abschließen. Das müssen wir jetzt mal unsere Schwester aussuchen. Ah, okay. Meine Arbeit abschließen, okay. Also meine Arbeit ist hier, oder was? Ja, wir gehen jetzt in den Untergrund. Okay. Ich glaube, da haben wir auch das letzte Mal aufgehört. Genau an dieser Stelle. Dass wir hier rein müssen. Hier haben wir noch Arbeit zu tun. Na dann, finde er eine Möglichkeit, Berger anzwecken. Mit dem Schleier und mit Energie versorgen kann. So, na dann, dann wecken wir mal den Bergern auf. Na, wir hätten einen Riesen. Das ist dann, glaube ich, erst der zweite Riese, oder? Da rieche ich mich da. Da müssen wir noch zwei weitere retten. Das kann schon noch eine Wäldchen dauern. Das war auch nichts Wildes. Das ist, wir wollen ja hier. Das ist. Haben wir da halt noch ein bisschen mehr Spielspaß. Ist hier ganz gewollt. Das ist ein langer, 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 langer Leiter. Das ist tief hinunter. Nein, nein. Sind wir nur runter. Und da höre ich doch schon ein Schnarchen. Wenn das nicht das von Berger anzwecken. Oh, hi Berger. Aufstehen. Bis morgen. Hm. Okay, weiter runter. Ich kann mir irgendwie auch irgendwann in den Füßen kitzeln. Oder so. Irgendwas in der Art. Und am Gesicht. Ich kann mir hier noch wieder zurückklittern. Ah, hier sah ich doch an den Füßen kitzeln. Passt schon. Das ist ja gut, alte Berger. Da müssen wir was tun. Da schnarcht er tief und fest. Und Kille, Kille, Kille machen können wir nicht. Kille, 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 Kille. schade es wird wahrscheinlich nicht viel bringen aber versuchen kann man es hier mal läuft die energie schon und dann müssen wir wieder batterien zusammen kriegen ja ich fürchte dass man da wieder batterien zurecht drücken müssen der notstrom zu herz genommen kein strom ja was zu erwarten war ja ja hier gibt es was einstecken Da hoch. Und pumpen. Ja, wie gesagt, der zweite Riese. Jetzt reparieren müssen, wecken müssen. Die Ader flügt in die Herzkammer. Stellen Tränen die Ströme zum Kondensator wieder her. Fangen wir doch mal oben an, oder? Ja, hier. So, hinlang. Und auch nichts. Dann würde ich erstmal runter. Aha. Dann wieder Batterien. Und so ein Ding. Ich werde mal erstmal hier hoch. Vielleicht können wir hier. Das war klar. Bis jetzt die Lasergeräte kommen. Na toll. Das soll klappen. Das kann die Hälte werden. Na toll. Das soll springen nochmal drücken. Okay. Das kann in unser Auge gehen. Und wie sollen wir da runterkommen? Da jetzt rüberspringen und dann von unten, oder was? Was? Oh weia. Und runter hier. Sind wir hier gefangen, oder was? Wo kommst du rein? Da kommst du rein. Sehr schön. Da läuft die Energie. Stroh durch die Adern. Da haben wir noch zwei. Das ist der Notstromkörner wieder angeschlossen. Der ist auch so. Ich muss es noch ernst nehmen. Eine Meinung. Du bist jetzt außerhalb dieser Werkzeuge, so primitiv und menschlich. Du bist der Behrer des Omniswitch. Aber deep down, du weißt und weißt, du bist weit davon wertvoll, oder was? Vielleicht gibt es noch zwei andere Ungeheimräume, so geheim sind es auch nicht. Können wir auch hier zurück? Ja, können wir. Wir müssen aber wahrscheinlich sogar, das ist wahrscheinlich sogar der richtige Weg. Nicht? Sehr schön. Ich muss gleich noch irgendwo eine Stromkülle geben. Ja, genau da wo wir herkamen. Vielleicht fangen wir hier mal an. Ja, das führt eher hier lang. Ich muss noch nie recht sehen. Das bauen wir dann gleich nochmal. Dann wo wir noch eine Stromkülle. Erstmal ankuppeln. Da muss dann die Batterie rein. Jo, nix leichter als das. Sankte PGLD zu Friedrich. Komm mit. Wir kennen auch PGLD und Friedrich. Mach so Kika. Das kleine Kindersendung. Das ist bei der Sendung mit der Maus lief die, glaube ich, ab und zu mal. Das ist wirklich ein Kind da jetzt. Nein, nein, nein. Wir sollten, glaube ich, erstmal durch und dann von, glaube ich, es wird klüger, von anderen Seite zu ziehen. Wie können wir das ziehen? Was ist das denn so blöd? Dann stecken wir hier wieder fest. Was ist das denn so blöd? So, dann komm. Schieben wir da erstmal rein. Schauen wir dann mal, wie wir da rüber kommen. Dann gab es noch einen Geheimtunnel, da ist 2 von 3 Stromquellen wieder angeschlossen. Ok, und wie kommen wir jetzt hier durch, wie kommen wir jetzt hier wieder hoch, das ist die Frage, hier unten ein Weg nach oben, ich fürchte nicht, also müssen wir die Batterie nochmal nach links und nach rechts rüberschieben, das wäre wahrscheinlich eine Möglichkeit. Das werde ich hier nochmal rüber. So wird es gehen. Sehr schön, jetzt können wir hier mal weiter. Ich habe noch einen Tunnel, das muss ich nicht gehen, schon wegen der Erinnerung. Die Dinge in den Schrauben. Eine schreckliche Anfängerung zu preserving die Schönheit. Wie kannst du dich selbst mit dem? Mit den Leben auf dich dependieren? Das ist aber nur noch ein dritten. Das letzte Stromkabel müssen wir noch anschließen. Hm. Okay. Ah, das verläuft nach oben. Okay. So, wenn die Leiter nur ist, stimmt sie irgendwann noch gar nicht. Und weiter hier entlang. Ach so. Da ist er noch nicht durch. Gibt es was zum Kriechen? Ein weiterer Kriechgang. Änderung Nummer 3. Jetzt einfach weiter. Schönen Trick abfischen. Oha. Jetzt haben wir nicht angemacht. Nee, ich fürchte, wir kommen da nur von der Seite rein. Von oben rein. Sorry, dass du da nochmal durchkriechen musst. Ich fürchte, wir müssen nicht immer runter. So. Jo. Genau so. Jetzt dich da erstmal rein schieben. Dann haben wir da Strom. Jetzt müssen wir die Tür noch aufmachen. Aber ansonsten haben wir uns durch das Herz schon einen Takt gemacht. Das ist ja gut. Okay. Und was machen wir hiermit? Mickey Berger hat wieder auf! Ähm. War das jetzt nötig? Die Tür war ja eh schon offen. Äh, ok. Na dann. Ich meine den Kabeln folgen. Stromkabeln. So, hier runter. Ähm, ja. Hier wieder hoch. Wann wir hier schon? Ja, ich bin mir sicher hier, waren wir schon. Die dritten haben wir mal wieder nicht gefunden. Der dritte Geheingang. Zum Geheimraum. So hoch hier. Und raus hier. Ich glaube, hier müssen wir nochmal, oder? Und das haben wir schon. Da muss man den zweiten Riesen wieder erwecken. Und dann gibt's Super. Von Miri. Eintopf. Na dann. Und zack. Verdammt. So. Genug Strom. Läufst du da. Wachst du auf. Was tut das? Jo. Oh. Sack. Berger läuft hier. Es ist vollbracht, sag's deiner Schwester. Ich sag's meiner Schwester auch. Da müssen wir hoch. Jetzt noch mal durch Oh, ein weiterer Geheimraum Der Drittzer Das ist ja schön, dann haben wir 3 von 3 in voll Jetzt müssen wir nach oben kommen Irgendwie Vielleicht wird der Weg nach oben irgendwann mal nach unten Kommt auch mal vor Dass man erst nach unten muss Nach oben zu gelangen Ich gehe jetzt auf jeden Fall hoch Ja, ich gehe nicht Das sieht gut aus Jo, aber die Oberfläche zurück Dann war Bergarm wieder zu nehmen erweckt Jetzt müsste sich doch das ganze hier wieder verdünnisieren Schwarzige Luft Muss doch jetzt kein Problem mehr sein Das ist Abzmiri Das ist Abzmiri Das ist Abzmiri Oder auch nicht So, wo ist sie nur Da drüben Okay Im Haus wahrscheinlich Wo wir gerade vorbei sind Wo wir gerade vorbei sind So, ich gehe hinein Jemand zu Hause Ein Brief Das ist Abzmiri Das ist Abzmiri Das ist Abzmiri Aha Wo wir jetzt die Das ist Abzmiri Das ist Abzmiri Früher 2011 2012 Haben wir als ich noch jung war Schülerin Das kennen die meisten Leute gar nicht Gar nicht mehr Oder haben es nicht gekannt Es hat relativ kurz gelebt Das war wohl noch von 2010 bis 2014 hat es nicht gemacht so was ähnliches wie schlau vz was hat schlau vz alternative zu schlau vz hält noch noch unbekannter als ja augenschaft freigeschöttet retzberge an